willkommen zurück zum microsoft train simulator wir spielen heute pro train 18 und das scenario s 75 nach spandau grüß dich kollege war diese s beim bertha nach spandau da wir heute samstag haben und die hertha gegen werder spielt hast du eine ganze meute von fußballfans im zug diese werden aber nur bis stadion mitfahren so so jetzt noch mal so strom schiene angeguckt so an und wir fahren eine 481 nicht an jetzt müssen wir noch warten bis es 3 so können wir gleich wieder abfahren so meinen damen und herren herzlich willkommen auf der linie s 75 nach spandau über zoologischer garten charlottenburg westkreuz olympiastadion wir wünschen ihnen eine angenehme reise ding 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 nächste station bellevue ausstieg in fahrt richtung links das ist Vielen Dank. So ein Idiot in sowas. So enter. 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 Nächste Station Charlottenburg, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ausstieg links, Übergang zur Ringbahn. Ich hasse es. Auf jeden Fall sind wir diesmal pünktlich. Jetzt bin ich eigentlich immer unpünktlich. Nächste Station. Westkreuz, Übergang zum Regionalverkehr. Jetzt bin ich wieder. Jetzt bin ich wieder. Wenn ich eins nicht kann, dann ist es richtig. Einpacken. Jetzt bin ich wieder. Jetzt bin ich wieder. Jetzt bin ich wieder. Jetzt bin ich wieder. Nächste Station Messe Süd, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Psst. Da kommt gleich unser Kollege angerauscht. Psst. Hier weg damit. Das ist genauso einer wie ich. Das ist genauso einer. Der macht mir wohl alles nach. Das nervt ja richtig. Oh, ich bin wieder los. 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 Das ist genauso einer.